Ja, guten Tag, mein Name ist Troppelmann, ich bin Mitarbeiter des Kommunalen Ortsverbands, Zuständigkeit Wohnraumausgleich. Ja. Ich nehme mal an, Sie wissen, dass nächste Woche Samstag das Straßenfest bei Ihnen stattfindet, Röcke und Rockermaschinen. Also zumindest auch in Ihrer Straße. Wissen Sie? Nee, weiß ich nicht. Meine Frage ist nun, Herr, die Gruppe Molotow, die Bude brennt. Ein sehr freundliches Ensemble sucht eine Übernachtungsmöglichkeit. Und da dachte ich an Sie. Ich weiß gar nicht, ob Sie richtig verbunden sind. Weil ich weiß nicht, dass hier irgendwo ein Straßenfest stattfinden soll. Nein. Wissen Sie, wen Ihre Nachbarn aufgenommen haben? Nee. Ich weiß nicht, bei welchen Nachbarn. Ich weiß nur, dass die Iron Geese Eggs auch in Ihrer Straße untergebracht sind. Also ich bin da jetzt überfordert. Ich glaube, Sie sind wirklich falsch verbunden. Hören Sie. Sie profitieren doch davon. Der kulturelle Austausch ist praktisch unbezahlbar. Gut. Also dann kann man nichts machen. Dennoch vielen Dank. Vielen Dank.